Ich bin nur der Moderator, ich bin nur der Moderator, er ist der Star, ich bin nur der Moderator. Da ist er doch, Daniel Aminati. Da ist die Kamera, die ist live. Ich war bei Temptation Island, danach habe ich mit ihr Schluss gemacht, ging nicht mehr, dann sind wir in Ex on the Beach, nochmal Fernsehzeit nutzen. Nächstes Jahr bin ich live. Das ist jetzt live. Warte mal, jetzt im Fernsehen. Ja, ich zeig dir's, willst du sehen? Moment, ProSieben-App, warte. Auf ProSieben Max läuft das gerade. Ich bin jetzt so mit Knossi. Hier, ProSieben, da sind wir doch. ProSieben Max, bist drauf, live. Jetzt grüß doch mal die Katja Burkhardt. Hallo. Jetzt kannst du grüßen. Sie denkt jetzt, ich bin Daniel Aminati, warum machst du das? Adam, ich sag's so. Sie so, wer sind Sie, dass Sie hier interviewt werden? Er so, ich bin nur der Moderator. Ich so, das ist das. Gucken Sie nicht ProSieben-Taff, Daniel Aminati. Sie zack. Sehe ich ein bisschen aus wie Daniel Aminati? Was macht ihr? Ich glaub, in so einer Situation glauben die Leute vieles. Aber dass die sowas glauben, das ist krass.